Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier in Ennsburg, wo wir jetzt als nächstes mit Micah sprechen. Da müssen wir erstmal hier in die Container-Siedlung gehen und dann schauen wir mal, wo wir den denn haben. Wo hängt der denn rum? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Partner? Du, äh, du bist so gut. Was ist falsch mit dir? Nichts falsch mit mir. Ich bin fit als ein Fiddle. Und ich bin in dir, Wanker. Ich bin nur ein Realist, Freund. Micah denkt, dass es ein Rat ist. Oh, er hat er. Auf welchen Beispiele? Er ist nur zurück ein Minute. Pinkerton zeigt. Wir sind auf die Runde, seit ihr zwei Böse ging in Blackwater. Wir sind nicht nur weg, mit unseren Leben in St. Denis. Jetzt haben wir ein Rat. Well, Molly hat sicherlich gesprochen, aber wer noch? Vielleicht haben wir etwas zu schwer. Vielleicht ist es Zeit für die Leute wie uns ist. Wir brauchen ein Rat. Wir haben mehr als die Stadt geblieben. Und sie wissen, wer wir sind und wo wir sind und was wir machen. Wie ich sehe, das beste was wir können, ist, dass die Woche gehen. Wir gehen, wir holen, wir holen und beginnen. Das ist nicht passiert. Na, etwas muss passieren. Und schnell. Insofern, Cornwall, die Pinkertons, haben wir uns hier verholt. Und es ist kein von ihnen stopt. Na, Cornwall ist warum wir hier. Wir sind nicht, Dutch? Ja, es ist Zeit, wir gehen. Wir gehen zum Runde. Oh, lass uns Cornwall alleine. Er ist nicht. Wir brauchen Geld. Aber Revenge? Jetzt? Natürlich ist es für Geld. Komm schon, Arthur. Es sollte nicht sein, dass es eine dumme Revenge-Mission ist, Dutch. Es ist nicht wert. Es wird nicht schrecklich sein. Oh, Arthur. Es ist nur eine einfache soziale Telefon. Hehehehe. Schwierig. Schwierig, Schwierig, Schwierig. Also, was werden wir ihm sagen, was sich gesagt hat? Er hat uns seit Valentin verhorcht. Er ist der Grund, warum Hosea tot. Sein Zuckerbusiness ist, dass die Leute von Guarma zu vorn. Diese Stadt Arthur ist sein Stadt. Er hat sie nur, um diese Leute zu vorn. Sein Zucker, sein Öl, seine Unterlagen. mächtiger kernerlärm alle kerner gehen wieder leer das glaub ich auch nicht das kann ja was geben hier der mal wirklich hier hinkommt und wenn das mal so einfach wird ich möchte euch für eure Hospitalität, Herr Cornwall das war eine Geschäftsreise, Herr Milton wir sind nicht Freunde ich habe eine große Fortsetzung mit Ihrer Agenheit und noch nichts dieser Van der Linde mich riecht und mich riecht ich habe für die beste ich habe für die beste wir sind sehr nah, Herr Cornwall ich weiß, dass du das schon gehört Jan, Sir sende ein Telegram zu Goldberg in New York tell ihn ich nicht mehr als 3.2% sorry, nein ich habe es schon gehört und hol den Armee Mann und zu bezahlen ja, Herr wir machen alles, was wir können in den Gefängnissen der Verordnung der Verordnung der Verordnung? ich glaube, dass wir beide wissen was du kannst mit deinen Verordnissen find me Dutch Van der Linde bringe ihn hier und lege die Verordnissen die Verordnissen guten Tag, Herr komm, Herr Ross wir haben Arbeit zu machen Herr Dinsbury Herr Dinsbury Herr Dinsbury was ist alles über die Verordnissen ich habe in diese Mäne wegen der Verordnissen und ich will es ein Erfolg egal, was die Kosten es sind die Gewährungen folk fühlen folk fühlen fühlen? Business nicht zwei Figs über die Gefängnissen nicht zwei Figs und es ist ein Verordnissen dass wir eine Plague auf beide unsere Hände vielleicht eine Plague auf dein Haus Herr Dinsbury was du willst, Herr? ich bin noch nicht sicher noch nicht dein Verordnissen wird dein Verordnissen dein Verordnissen ich verordnissen schon sogar mein bester Freund hier denkt ich verrückt und wie dieser Schmerz du mit mein Gefängnissen sind du mich und du 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 hast du 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 dein alles ich du 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 gibst mir diesen Schiff, 10.000 Dollar und von hier entfernt. Ich werde dich leben lassen. Ich werde keine solche Dinge tun. Du sicher? Gut, ich würde es diesen Weg geben. Äh, ja. Gut, dass ich im Waffenladen war. Scheiße. Was hat der denn da gemacht? Na, wenn das jetzt mal gut geht, ne? Vielleicht war es ja eben auch genau das richtige, einfach den Kopf der Mande zu nehmen. Den Kopf der Armee ist es ja schon. Ah, komm, zieh die Waffen. Und weiter geht's. Das wird jetzt viel geben hier. Oh, oh, oh. Oh, Glücksterfer. Einmal. Zweimal. Ui, 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 ui. Okay, weiter geht's. Ach komm schon. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ach komm, nimm den Scheiß schnell. Okay, und weiter geht's. Oh, einfach mal treten. Und weiter geht's. Sehr schön. Ach, die gehen schon weiter. Scheiße. Oh, Mann, wie viel ist denn hier? Was? Papiere? Das hier, deutlich größerer Plan als gedacht. Oh. Womit schießt der da? Morgan. Let's go! Let's go! Let's go! Ah, okay, ich seh schon. Weiter geht's. Ach du Scheiß, was passiert hier? Hat der gerade irgendwas explodiert? Nein, ich hab meinen Hut verloren. Wo ist mein Hut? Oh, hier unten. Na komm schon, nimm die. Den hole ich noch. Und weiter geht's. Keiner bleibt zurück. Keiner wird zurückgelassen. Die uns später nämlich in den Rücken fallen können. Ah, gut. Ah, das ist alles. Oh, ich habe viel Angst in diesem Leben, Arthur. Ich bin zu oft getötet. Und schlecht. Aber nicht diese Zeit, son. Komm schon! Alles klar, was geht durch die Hände, Junge? Die versuchen, uns auszuprobieren. Oh, scheiße. Sehr gut. Schau, wir haben mehr vor. Oh. Äh, was? Ach, einfach hier runter. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Weiter geht's. Äh, hier. Und nochmal. Deadeye, 75% Fortschritt der Stufe 7. Den Echsen. Autsch. Äh, wo hat denn mein Pferd gerade lang? Weißer. Okay. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir finden uns bestimmt wieder. Ja. Das ist nur eine Frage. Dutts. 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 Dut. Dutts. Dut. Dut. Ja, der ist wirklich etwas verrückt. Reinen wir einfach weiter. Lass mir den, ganz in Ruhe. Ich dachte erst, er zieht jetzt ein Messer und will mich angreifen, weil er... ...den so bekröpft angelaufen kam. Ah ja. Noch mal Glück gehabt. Direkt hinterm Lager wohnt der Typ. Dann reden wir mal mit dem Reverend. Hallöchen. Reverend? Bist du okay, Herr Morgan? Ich weiß nicht, Reverend. Es sind die Zeit für alle von uns. Ja, sehr Herausforderung. Du bist nicht selbst. Ich habe immer... Ich habe die Morphine verloren, Herr. Herr, Reverend Swanson, würde ich uns ein bisschen entschuldigen? Ja, natürlich. Neu-Jörg. Wir gehen nach Neu-Jörg. Jetzt haben wir uns in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe und in der Nähe. Wir werden ein Boot, wir werden auf die Räume, und wir werden nach Neu-Jörg. Neu-Jörg. Dann Tahiti, die Fiji-Illands, oder dieser Ort, New Guinea, Dancing Girls, Freedom. Aber erstens, wir müssen eine ganze Menge Blut, eine ganze Menge Blut, eine ganze Menge Blut. Und dann, wir gehen. Wir brauchen mehr Blut? Eine Blut, und eine ganze Menge Blut. Und dann, wir haben uns nicht so gut, dass die Räume noch mehr die Räume genutzt. Schönen Sie gut, Arthur? Ja, ich bin gut. Entschuldigung, mich für die Verrönte. Ich bringe ein Freund, Arthur. Hallo. Hallo. Dutch, das ist Eagle Flash. Das ist ein großes Chef. Charles und ich, wir... Wir haben ihn als mercenaries, haben wir einen großen Schubel. Deutsch-Vanderlund. Wie geht's dir? Nicht gut, Sir. Ich bin froh, zu hören. Wie ist dein Vater? Mein Vater hat mich verletzt... ...wisdom mit Schwachigkeit. Seine Leute, meine Leute... Wir haben zu viel suffered, wurden zu viel geliefert. Jetzt haben sie unsere Horses genommen. Wer? Die Infanterie-Division, in Fort Wallis. Warum? Colonel Favors ist ein lier... ... und ein murderer. Die Leute werden nicht aufhören bis wir alle deaden. Without Horses, we can not hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. Ich sehe das. Die Leute haben mir geholfen. Und ich habe Geld. Put dein Geld weg, son. Was denkst du, Charles? Du kennst, ich sagte dein Vater, ich werde nicht gegen Horses kämpfen. Aber ich habe keine solche Prozesse gemacht. Komm schon. Oh, man. Seit wann ist er denn so? Was ist denn da von meins? Hier vorne das, ne? Genau. Und... Auf gehts. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt... ... unterwegs sind, nachdem man mit Swanson redet. Es kann ja was geben. Es kann ja was geben. Es kann ja was geben. Na gut. Warum bist du in diesem Fall involviert? Du kennst mich. Wir schießen. 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 Not this again. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves. And even you know that. I... Wobei, ich sehe gerade, wir sind am Ende einer Folge. Das heißt, wir machen hier an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich bedanke mich für's Einschalten. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich über Beutes freuen und sag, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.